Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, GZSZ, Folge 7725, Dienstag 14. März 2023 Für Sunny ist nichts mehr wie zuvor. Kann John den trauernden Paul akquirieren? Wieder im Kreis ihrer Lieben, findet Sunny sich mitten in einer Familienfäde wieder. Ihr altes Leben, in das sie zurück ist, hat nach dem einschneidenden Erlebnis einen schalen Beigeschmack. John will Paul für sein Beachbar-Projekt einspannen, obwohl der wegen Emily leidet. Jonas setzt John dafür auf den Pott. Als er Michis Lastenrad beschädigt und er selbst einen Handwerker braucht, dehnt Jonas seine Moralvorstellung zu seinen Gunsten aus. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020